Also das da hat einmal ein Winzling geschrieben. Wunderbar. Bitte, wie sagt er, bitte darf ich mich zum Bold, bitte, sonst schlafe ich heute Nacht nicht. Der wollte natürlich nicht zu mir, der wollte bloß ganz was anderes. Aber er hat es halt geschrieben und ich finde das nett. Weil zum Bold wollte er bestimmt nicht, aber daheim wollte er vielleicht, dass die Mäuse pfeifen können.